Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sonic Adventure 1. Ganz genau, im letzten Part haben wir hier Windy Hill Zone gemacht und das Spiel begonnen und Chaos gehabt und ganz viel Zeug. Ganz genau, das war schon sehr schön und in diesem Part hat der Zugtyp gesagt, es geht wieder los Station Square. Also ich denke ich mal Station Square kommt jetzt. Ich weiß zwar nicht, was wir nicht Station Square sollen, aber okay. Das Spiel würdest du uns schon sagen. Station Square. Hallo? Ah, hier geht die Sonne runter. Schön. Wir fragen das nicht. Irgendwo ist ein Eingang in die Kanalisation. Den darf ich jetzt suchen. Wie kommt man in diese Kanalisation? Wahrscheinlich durch diesen Goodie. Es war direkt richtig. Nein, oh nein. Das ist nicht. Okay. Da hier lang. Was ist das? Ringe, das war das, was in Sonic anliegt, für die PS2 mich ewig aufgehalten hat. Genau sowas. Oha. Ähm, kriegen wir es jetzt hin? Use the light dash to run along the paths of rings. Hold the action button and let go when you have enough power. Ready, go! Ja, ich wollte gerade sagen, ob die wieder zurückkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ob die wieder zurückkommen. Oha, ich habe ihn hingekriegt. Ich habe zum ersten Mal ein Light Dash hingekriegt. Wenn Sonic anliegt, bin ich nur an dieser Stelle dann gescheitert, wo man da diesen Light Dash benutzen musste. Oha, ich habe ihn hingekriegt. Oh mein Gott. Hier hat es geklappt. Sehr schön. Oha, ja, hallo. Hö, dich durch die Hintertümer. Nein, nein. Oha, ich bin nicht wieder. Sorry. Oha, ich bin wieder. Sorry. Oha, Otto. Oha, ja. Oha, ja. Oha, ja. Oha, ja. Oha, ja. Oha, ja. Okay. Spiel. Ich muss etwas finden, das genauso aussieht wie das. Alles klar. Also irgendwo hier befindet sich etwas, das genauso aussieht wie das, aber... Wow. Wow. Ich nehme einfach das. Das fällt nicht auf. Das fällt bestimmt nicht auf. Was ich cool gemacht. Denk mich auf, ne? Ich spreche jetzt nicht noch mal mit dem. Weil ich das Ei in der Hand halte, weil ich es schon mal nie hineingeglitschte habe. Wo bin ich da jetzt? Jetzt habe ich das Ei. Wo bin ich? Irgendwas bringt es mir. Ah, ich kann es in andere Bereiche nehmen, um Gottes willen. Das bedeutet, wir haben unnötig viele Möglichkeiten. Ich könnte es sehen. Bis jetzt. Du kannst in die Casino-Area gehen. Casino! Casino-Photel? Wow! Wo geht's zum Casino? Qu equatorial? Wir können uns verwenden den Kn 여름 nach vorne rein. Oh, blablabla Ups, äh, 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 äh... Was ist aus Autos? Oha! Das soll uns auf jeden Fall nicht mal rein. Na ja, klar, dass wir irgendwann mal rum suchen. Der Train, die für die Mystik-Ruinen entfernt werden, wird bald departiert. Die Verschmutzung! Die Verschmutzung! Die Verschmutzung! Aha! Wir haben es offen. Was machen wir jetzt mit dem gelben Ei? Gar nichts. Kasinopolis. Ich habe keine Ahnung, ob das notwendig ist. Das ist es gut. Try and deposit as many rings as you can, it may even help show you the way. Ja! Oh, wie ist die Hände? Oh, wie ist die Hände? Oh, wie ist die Hände? Okay... Oh, wie ist die Hände? Merde, das ist die Hände. Also wäre es am besten, wenn wir keine Stabilität haben. Wo sind wir rein? Oh mein Gott! PIN BALL! Alles klar, wir können Sonic selber nicht steuern, sondern ihn nur so steuern. Nein. Das war anscheinend der Jackpot. Da haben wir auch noch was. Hier vielleicht noch? Nein. Die Pfeile zeigen ja tatsächlich da so hin. Ups. Geil. Yeah. Hm, das war falsch. Das war auch falsch. So kriegen wir auf jeden Fall Ringe. Vielen Dank. Duh, du, 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 du. Nein, ich will mal an die Seite. Wie schlecht! Wie schlecht! Oh, das war wahrscheinlich nicht richtig. Ich denke mal wir haben Verlörungen gesammelt. Und nun? Können wir hier das machen? Ein bisschen scheitern. Mutter! Hey! Hey! Ach wirklich? Ich verstehe. Wenn das hoch genug ist, können wir natürlich dahin. Warum stand Tails? Tails, du standest da oben in der Luft. Was? Hey! Alles klar! Der Ringer brauchen wir 500 oder was? Dann geht's wieder raus wahrscheinlich. Was? Pinball! Da waren wir gerade. Was ist das hier? Schlaues? Das hier. Das hier. Und nicht. Noch ein Pinball! Okay. What is it? Woh! Star. Woho! No. Oh nein! Alles klar, Ringer! Juhuuu, los mal! Gar nichts! Oh, dadurch eine Zeit abfüllen... ...deeg... ...soll ich mal sehen! Äh... Ja, die Zeit ist abgelaufen für den Ring. Was macht das? Hup! Was ist das hier? Guck mal, hier ist ein Weg! Ach, hier kann ich raus! Für eine Zeit lang! Okay, cool! Da kann ich raus! Raus! Oh! Hier geht keiner wieder raus! Soll aber nicht! Ringe! Wir brauchen Ringe! Wir brauchen Ringe! Ganz viele! Ringe! Wir brauchen Ringe! Wir brauchen Ringe! 117! Wir brauchen Ringe! Ich finde das eine sehr gute Ausbeute bisher! So gut! Gut! Gehen wir also wieder hier rum! Und lassen uns ausschütteln! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie gesagt Fleisch! Hast du dir aber was vor dir noch mal gegeben? Okay! Okay! Ich glaube das haben wir noch nicht gekauft! Doch! Das haben wir geadert! Okay! Wichtig! Dann lassen wir ihn mal durch! Und gucken wie bald... wie viel er dabei kriegen kann! Aber wir brauchen natürlich schon neue Dinge! Ah! Hab jetzt kriegt er jeden Fall nicht viel... Das sind tatsächlich die besten Möglichkeiten! Oh! Der Verliererbereich, oder was? Wow! Finger! Okay, du kannst unglaublich viele Winger sammeln. Oh nein, den habe ich nicht bekommen. Aber du kannst auch unglaublich viele Winger verlieren, wenn du dich doof anstürzt. Und vorsichtig! Nein! Igel! 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 Schön gemacht! Okay! Okay! Stopp! Ich will die mitnehmen! Ich will die mitnehmen! Oh nein! Ich habe alle mitnehmen können! Ich will die mitnehmen! 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 Danke! Auf geht's, auf geht's! Hm... Die Dusche! So, die Duschen! Aha. Alles klar. Das war bisher die größte Restfolge jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie uns das jetzt bringt. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Wie reicht das schon? Es reicht! Ja, nicht schlecht! WC completed. Rang C wahrscheinlich, oder? Egal. Oha! Ein neuer Schlüssel! Oha! Nein! Schnapp ihn! Oh nein! So, was ist passiert? Was? Da war Cream! Ah! Hey, hallo! The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Mystic Ruins. Alles klar. Ah, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Fall wieder. Ja, schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn's gefallen hat und meint in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!